Wir gehen weit zurück in der Zeit. Vor 65 Millionen Jahren ist die Erde wild, rau und mysteriös. Ein Ort voller Unruhe und extremen Veränderungen. Die Superkontinente Laurasia und Gondwana brechen auseinander und bilden die Länder, die Millionen Jahre später von Menschen bewohnt werden. Dort, wo später Nordamerika entstehen wird, spaltet ein Ozean die Landmasse. Gewaltige Verschiebungen der tektonischen Platten bewirken die Bildung der Rocky Mountains im Westen und der Appalachen im Osten. Die Häufigkeit der Vulkanausbrüche nimmt zu. Chaos beherrscht die Welt. Das heutige South Dakota ist mit einem Teppich aus Vulkanasche überzogen. Es ist Trockenzeit. Die Temperaturen erreichen fast 40 Grad. Der hohe Sauerstoffgehalt erlaubt es den Dinosauriern, gewaltige Ausmaße anzunehmen. Unter diesen Giganten befindet sich das größte Raubtier der Erde, der Tyrannosaurus Rex. Ihm steht ein gigantischer Kampf bevor. Auf Leben und Tod. Sommer 1998. Im rauen Ödland des nordwestlichen South Dakota führen Amateur-Paleontologen eine Ausgrabung durch. Sie machen eine außergewöhnliche Entdeckung. Sie sind über einen prähistorischen Tatort gestolpert. Sie stellen sofort fest, dass es sich um die Überreste eines jungen T-Rex handelt. Doch es ist kein normales Skelett. Viele der Knochen sind gebrochen. Und das Skelett ist von merkwürdigen, klingenartigen Zähnen umgeben. Es sind nicht die Zähne des jungen T-Rex. Es sind die Zähne eines anderen, unbekannten Raubtiers. Wie ist dieser T-Rex gestorben? 1998 wurden in der Nähe von Belfourge Knochenreste eines relativ kleinen Dinosauriers gefunden. Man wusste zunächst nicht, um welches Tier es sich handelt. Doch dann stellte man fest, dass es ein junger T-Rex ist. Solche Funde sind sehr selten und ein junges Exemplar wurde noch nie zuvor gefunden. Diese Entdeckung war sehr bedeutsam. Als die Arbeiter mit der Ausgrabung fortfahren, bemerken sie etwas Ungewöhnliches. Rippen, Bein und Armknochen und verschiedene Rückenwirbel weisen Verletzungsspuren auf. Die Zahl der gebrochenen Knochen ist verblüffend hoch. Hier ist etwas Schlimmes vorgefallen. Ist der T-Rex das Opfer eines anderen Raubtieres geworden? Die Knochen lassen auf einem brutalen Kampf schließen. Sind die Paläontologen auf ein Schlachtfeld gestoßen? Der Tyrannosaurus Rex war der Spitzenpredator seiner Zeit. Welches Tier könnte es mit diesem jungen T-Rex aufgenommen haben? In der späten Kreidezeit gehört der T-Rex zu den gefährlichsten Dinosauriern auf der Erde. Er wiegt bis zu sieben Tonnen, ist fast fünf Meter groß und 13 Meter lang. Damit ist er so groß wie ein Sattelschlepper. Schon alleine seine Größe ist beeindruckend. Doch die moderne Detektivarbeit hat drei weitere einzigartige Eigenschaften aufgedeckt, die ihn zu einer wahren Tötungsmaschine machen. Die erste ist sein Sehvermögen. 2006 scannt Lawrence Whitmer von der Ohio University den Schädel eines Tyrannosaurus Rex. Er entdeckt ein weiteres Puzzleteil. Der T-Rex besaß ein leistungsstarkes binokulares Sichtfeld. Durch die Computertomographie können wir die Größe einzelner Teile des Gehirns ziemlich genau bestimmen. So wissen wir, wie groß die Bereiche sind, die für das Sehvermögen, den Geruchssinn oder das Hörvermögen zuständig sind. Der Tyrannosaurus Rex hat ein binokulares Sichtfeld wie der heutige Adler. Dadurch hatte er die Möglichkeit, ein bewegliches Ziel ständig im Auge zu behalten. In einem Kampf verlor er seinen Feind nie aus den Augen. Der T-Rex hatte mit ziemlicher Sicherheit eine Gesichtsfeldüberlappung. Das bedeutet, er besaß ein flächendeckendes binokulares Sehvermögen. Das Gehirn war so strukturiert, dass es die visuellen Informationen verarbeiten konnte. Die zweite Eigenschaft sind die ungemein kraftvollen Kiefer. Mit einer Beißkraft von über 3000 Tonnen gehört er zu den stärksten Vertretern des Tierreichs. Er hat doppelt so viel Kraft wie ein weißer Hai. Die Kiefermuskeln kontrollierten die Zähne und damit den Schaden, den sie verursachen konnten. Der T-Rex hatte einen sehr ausgedehnten und massiven Schädel. Das bedeutet, dass er auch sehr starke Kiefermuskeln besaß. Durch diese Muskeln konnten seine Zähne durch Knochen stoßen. Diese unglaubliche Kraft hebt ihn von allen anderen Lebewesen ab. Die dritte und gefährlichste Eigenschaft sind seine unglaublich massiven Zähne. Kein anderes Tier hatte oder hat solch gewaltige Beißer. Der T-Rex konnte mit seinen Zähnen einfach durch Knochen beißen. Seine Zähne mussten also weiter auseinanderliegen als bei anderen fleischfressenden Dinosauriern. Nur so konnte er damit so unglaublich viel Schaden einrichten. Diese Zähne konnten nicht nur Fleisch, sondern auch Knochen mit Leichtigkeit durchstoßen und wurden von extrem tiefen Wurzeln gehalten. Seine Zähne sind anders als die der anderen räuberischen Dinosaurier. Die Zähne eines Allosaurus, Ceratosaurus oder Velociraptors sind eher klingenartig und vorne und hinten gezackt. Die Zähne eines Tyrannosaurus rex sehen aus wie riesige Nägel. Doch diese Zähne haben noch mehr zu bieten als einen kräftigen Biss. Man nimmt an, dass sie zu den ersten biologischen Waffen aller Zeiten zählen könnten. Als Dr. Whitmer den Schädel untersucht, stellt er fest, dass die Zähne von gezackten Furchen durchzogen sind. Diese Furchen kennt man schon von einem anderen Tier mit tödlichem Biss, dem Komodowaran. Es könnte sein, dass der Tyrannosaurus rex in diesen kleinen, gezackten Furchen kleine Fleischreste einer vorangegangenen Mahlzeit sozusagen deponiert hat. Das Fleisch verrottete und produzierte so jede Menge Bakterien. Er hatte einfach eine extrem schlechte Mundhygiene. Er ähnelte damit dem heutigen Komodowaran, der einen sogenannten septischen Biss hat. Wenn er ein Tier beißt, infiziert er es automatisch mit den Bakterien in seinem Maul. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass ein Tier, das mit solchen Waffen ausgerüstet ist, angegriffen wird. Selbst bei einem jungen T-Rex. Wer hat es also mit ihm aufgenommen? Um das beantworten zu können, müssen die Paläontologen sich ein Bild davon machen, wie er gelebt und gekämpft hat. Der erste Schritt, die Untersuchung der Umgebung. Das Aussehen dieses Erdteils unterschied sich zur Kreidezeit nicht großartig von Landschaften, die wir heute kennen. Was Klima und Pflanzenwelt angeht, kann man davon ausgehen, dass diese Landschaft in heutigen Regionen am Golf von Mexiko ähnlich war. Fossile Pflanzen, die in der Nähe des Skeletts gefunden werden, offenbaren, dass der junge T-Rex in einem Gebiet mit Nadelbäumen, Pinien und Magnolienbäumen gelebt hat. Auch prähistorische Asche wird gefunden. Man kann also davon ausgehen, dass regelmäßig Hulkanausbrüche stattgefunden haben. Während der Nachforschungen entdecken die Wissenschaftler etwas Verblüffendes. Knochen werden in der Nähe von prähistorischen Krokodilen und Fischen gefunden. Das legt nahe, dass der Körper des T-Rex während einer Flut in einen Fluss geschwemmt wurde. Ein Beleg dafür, wie schnell sich diese ungestüme Welt verändern konnte. Der zweite Schritt der Untersuchung ist die Verhaltensanalyse eines Tyrannosaurus Rex. Dazu werden Hinweise genutzt, die in den gefundenen Knochen und dem Verhalten heutiger Tiere stecken. So lässt sich nachvollziehen, wie Dinosaurier gejagt, gekämpft oder ihre Jungen aufgezogen haben. Der Tyrannosaurus Rex war der ultimative Aggressor. Er fürchtete sich von nichts. Nicht einmal vor seinem größten Beutetier, dem Triceratops, der riesige respekt-einflößende Hörner und einen Nackenschild besaß. Doch kein Dinosaurier stellte für den Tyrannosaurus Rex eine Gefahr dar. Nichts und niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Der T-Rex erledigt seine Beute schnell und auf sehr unschöne Art und Weise. Dieses Tier hätte einen Volkswagen zerkauen können. Alles, was in die Nähe seines Maules kam, bekam große Probleme. Sie haben sich in ihrem Opfer festgebissen und es dann regelrecht mit den Zähnen zerfetzt. Knochen, Fleisch und Eingeweide wurden aus dem Körper gerissen. Die Körperteile wurden zermalmt und am Stück geschluckt. Wenn man ihm in die Quere kam, hatte man nicht mehr lange zu leben. Obwohl der Tyrannosaurus Rex ein kraftvolles und tödliches Raubtier war, gehen Paläontologen davon aus, dass er im Rudel lebte. An drei Grabungsstellen wurden Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, dass große Raubtiere in Rudeln gelebt haben. In Alberta, Kanada, wurden mehrere Skelette des fleischfressenden Albertosaurus in unterschiedlichen Größen gefunden. In Utah wurden Dutzende Allosaurier gefunden, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort gestorben sind. Doch der deutlichste Hinweis darauf, dass der T-Rex in Gruppen gelebt hat, wurde in Montana entdeckt. Paläontologen haben die Überreste mehrere Skelette gefunden, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um eine T-Rex-Familie handelt. Experten meinen, dass das Leben im Rudel für die Sicherheit der Jungen gesorgt hat. Denn ein junger T-Rex brauchte etwa zehn Jahre, bis er groß genug war, um sich alleine durchschlagen zu können. Ein frisch geborener T-Rex hat in ein Ei von der Größe eines Fußballs gepasst. Die ersten zehn Lebensjahre blieb er sehr klein und wog weniger als eine halbe Tonne. Durch diese Entdeckung nimmt die Untersuchung eine unerwartete Wendung. Die Experten müssen in Betracht ziehen, dass der junge T-Rex bei der Attacke nicht alleine war. Und wahrscheinlich war das der Fall. Ein T-Rex bekam wohl zwei oder drei Junge gleichzeitig. Die einzige Zeit, die sie alleine verbringen mussten, war die Jagdzeit der Eltern. Wenn sie groß genug waren, konnten sie sich der Jagd anschließen. Doch bis dahin wurden sie zurückgelassen. Dadurch waren sie natürlich verwundbar. Genau wie moderne Raubtiere markieren die erwachsenen Saurier ihr Territorium. Die Markierungen sollen Raubtiere und andere Saurier fernhalten. Das einzige, was einem T-Rex Angst einjagt, ist ein noch größerer T-Rex. Wurde das Jungtier von einem Familienangehörigen getötet? Die Zahnstruktur eines Tyrannosaurus Rex ist sehr markant und hinterlässt unverwechselbare runde Löcher auf den Knochen. Wenn dieses Jungtier von einem anderen T-Rex getötet worden wäre, würde man das sofort sehen. Es wäre wenig vom Skelett übrig geblieben. Ich denke also nicht, dass hier ein T-Rex sein Junges getötet hat. Mit seinem kräftigen Kiefer und seinen Zähnen kann der T-Rex jeden Knochen durchbeißen. Doch es gibt keine Bissmale auf dem Skelett. Das kann nur eines bedeuten. Die Attacke ging nicht von einem anderen Tyrannosaurus aus. Diese Saurier haben so gut wie keine Rivalen. Kaum eine Kreatur würde es wagen, einen jungen T-Rex anzugreifen, der von seinen Eltern beschützt wird. Ob beschützt oder nicht, irgendetwas hat dieses Jungtier getötet. Neue Entdeckungen lösen das Rätsel und liefern die Identität des Mörders. In South Dakota wird ein unvollständiges Skelett eines jungen T-Rex mit zahlreichen gebrochenen Knochen gefunden. Überreste einer Millionen Jahre lang vergrabenen tödlichen Dinosaurier-Attacke. Forscher entwickeln die Theorie, dass zwei Tyrannosaurier in den Kampf verwickelt waren. Das unbeständige Klima der Badlands in South Dakota erfordert es, dass die Knochen des jungen T-Rex ausgegraben und in ein Labor gebracht werden. Die Knochen werden mit Gipsschichten isoliert und so für den Transport geschützt. Das Wetter kann dort sehr schnell umschlagen. Wir mussten das Exemplar also so schnell wie möglich ausgraben und ins Labor bringen. Wir haben die Oberseite mit Gips und Leinen bedeckt. So wurde es gewissermaßen durch dicke Mäntel zusammengehalten. Als die Forscher einen der Gipsmäntel öffnen, bekommen sie ein wesentliches Indiz des Tatorts zu sehen. Die Zähne des Angreifers. Nähere Untersuchungen identifizieren den Verdächtigen. Es ist der Nanotyrannus, eine kleinere Version des Tyrannosaurus Rex. Der Nanotyrannus ist einer meiner Lieblingsdinosaurier. Nanotyrannus bedeutet Zwergtyran, ein sehr passender Name, denn er war wirklich niederträchtig. Der Nanotyrannus war eine der furchterregendsten Kreaturen, die je gelebt haben. Er kombinierte die Kraft des T-Rex in kleinerem Umfang mit großer Geschwindigkeit. Der niederträchtige Nanotyrannus sorgt für Kontroversen. Er wird nach dem Fund eines Päts, dadurch konnte er Feinde leichter im Fokus behalten und angreifen. Die Hinweise zeigen, dass der Nanotyrannus einer eigenen Gattung angehört. Es gibt ausreichend markante Unterschiede zwischen ihm und dem Tyrannosaurus Rex. Der Nanotyrannus wird heute als eigene Gattung angesehen. Ein aggressives Raubtier, das junge Tyrannosaurier jagen und töten kann. Er ist 2,30 Meter groß, über 5 Meter lang und wiegt fast eine Tonne. Damit ist er etwa halb so groß wie ein T-Rex und wiegt nur ein Sechstel von diesen. Doch was dem Nanotyrannus an Größe fehlt, gleicht er durch Schnelligkeit aus. Der Nanotyrannus hatte sehr viel längere und schlankere Beine als der T-Rex. Er war aktiver. Der T-Rex konnte zwar rennen, doch er war nicht auf Schnelligkeit ausgelegt. Der Nanotyrannus dagegen war wie ein Gepard auf Steroiden. Diese Tiere waren sehr schnell. Sie konnten einem T-Rex problemlos davonlaufen. Diese Eigenschaft war natürlich auch für den Beutefang nützlich. Sie konnten ihr Opfer umkreisen und zu Tode hetzen. Der Nanotyrannus ist groß genug, um diesen jungen T-Rex zu besiegen und schnell genug, um den Eltern zu entkommen. Doch die Knochen sind gebrochen und es gibt keine Bissmale. Hat der Nanotyrannus den jungen T-Rex getötet? Der kleinere Nanotyrannus hatte nicht die gleiche Beißkraft wie der große T-Rex. Sein Kiefer war verhältnismäßig lang und er hatte mehr Zähne. Er konnte also nie die Stoßkraft eines Tyrannosaurus entwickeln. Der Nanotyrannus musste genauer darauf achten, wo er hinbeißt. Er hatte nicht die Knochenbrecherqualität eines ausgewachsenen T-Rex. Das ist der Grund, warum keine Bissmale an den Knochen des jungen T-Rex gefunden werden. Der Nanotyrannus hat nicht die nötigen Kiefermuskeln, um Knochen zu zerbrechen. Genauere Untersuchungen bringen die Forscher der Antwort näher. Als ich die Zähne des Nanotyrannus sah, die neben dem Skelett gefunden wurden, bekam ich eine Vorstellung davon, was passiert ist. Doch ohne Bissmale auf den Knochen konnte man nicht beweisen, dass er das T-Rex-Baby tatsächlich getötet hat. Bei genauerem Hinsehen fiel mir aber auf, dass die Zähne Bruchstellen hatten. Sie mussten also während der Attacke auf den jungen Tyrannosaurus Rex abgebrochen sein. Die Zähne, die in der Nähe des T-Rex gefunden wurden, sind zerbrochen. Geschah das durch einen Kampf oder könnte der Nanotyrannus einfach nur den toten T-Rex gefunden und die Überreste geplündert haben? Der prähistorische Tatort hält die Antworten bereit. Es wird angenommen, dass zwischen 75 und 90 Prozent des T-Rex-Skeletts gefunden wurde. Wenn der Nanotyrannus das Jungtier ausgenommen hätte, wäre wohl der Großteil der Knochen verschwunden. Zumindest wäre das Skelett auseinandergerissen. Doch die Tatsache, dass so viel vom Skelett übrig ist und die Einzelteile alle relativ nah beieinander lagen, zeigt, dass der Nanotyrannus den T-Rex nicht aufgefressen hat. Doch eine Frage bleibt. Weshalb sollte ein Nanotyrannus sein Leben riskieren und einen jungen T-Rex angreifen, wenn er ihn nicht fressen will? Zwischen Raubtieren existiert schon immer ein Konkurrenzkampf. Das Überholen der Konkurrenz sichert das Überleben. Schneller, schlauer oder stärker zu sein, bringt Vorurteile im Wettbewerb. Ein Nanotyrannus konnte keinen ausgewachsenen T-Rex ausschalten, also musste er die Jungtiere töten, um überleben zu können. Warum er das Jungtier nicht aufgefressen hat, bleibt dennoch ein Rätsel. Vielleicht wurde es kurz nach dem Tod verschüttet und der Nanotyrannus hatte einfach keine Zeit, es zu fressen. Oder er wurde durch etwas gestört. Der mit Matsch bedeckte, verrottete Leichnam eines jungen Tyrannosaurus Rex wird von einem prähistorischen Fluss angeschwemmt. Forscher entwickeln die Theorie, dass zwei Tyrannosaurier an einem Kampf beteiligt waren. Einer wurde von einem Nanotyrannus niedergestreckt. Die Hinweise auf diesen Kampf und den Angreifer liegen 65 Millionen Jahre im Verborgenen. Dieser prähistorische Tatort bringt eine epische Schlacht zwischen dem T-Rex und seinem Jäger zutage. Der Tyrannosaurus Rex ist der am meisten gefürchtete Dinosaurier Nordamerikas. Nur eine Kreatur wagt es, seinen Herrschaftsbereich zu betreten. Der Nanotyrannus. Der Nanotyrannus stöbert den jungen T-Rex auf und versucht ihn zu töten. Die Fronten in diesem Kampf auf Leben und Tod sind abgesteckt. Mit ihrem fortgeschrittenen Wissen über die beiden Kontrahenten versuchen Experten den Kampf der Dinosaurier nachzuvollziehen. Obwohl der T-Rex noch jung ist, verfügt er über kräftige Muskeln und unglaubliche Kraft. Doch reicht das aus, um sich gegen einen ausgewachsenen Nanotyrannus zu behaupten? Sowohl ein Nanotyrannus als auch ein junger T-Rex sind ihrer Umgebung gut angepasst. Sie sind zwar gleich groß, doch der T-Rex steckt noch mitten im Wachstum. Der Muskelaufbau und die Verknüpfungen der Sehnen mit den Knochen sind also noch unausgereift. Das ist ein großer Nachteil. Von der Grundstruktur sind sie sich sehr ähnlich. Sie dürften etwa gleich stark gewesen sein. Der größte Unterschied waren wohl die Erfahrungswerte. Ein Jungtier verfügt natürlich nicht über so viel Erfahrung wie ein Tier, das schon länger durch die Gegend streift. Ein Nanotyrannus würde es nicht wagen, ein Jungtier anzugreifen, wenn ein erwachsenes Tier in der Nähe ist. Die einzige Möglichkeit für einen Kampf besteht also, wenn die Eltern jagen gehen. Das zurückgelassene Jungtier kann sich ohne den Schutz der Eltern nur auf seine abschreckende Größe verlassen. Auch ein kleiner T-Rex ist immer noch ein Kraftpaket. Seine langen Beine geben dem Nanotyrannus einen Geschwindigkeitsvorteil und machen ihn beweglicher. Doch ein junger T-Rex könnte ein gefährlicher Gegner sein, wenn er angegriffen wird. Ein Nanotyrannus und ein unausgewachsener Tyrannosaurus rexgleicher Größe sind sich in Bezug auf Hintergliedmaßen, Schwanz und Körperproportionen sehr ähnlich. Sie sind sich also hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit und Beweglichkeit ebenbürtig. Der Nanotyrannus hatte dem jungen T-Rex etwas voraus. Er war nicht nur aufgrund seiner ausgeprägteren Muskulatur etwas wendiger, sondern hatte auch deutlich mehr Erfahrung als das Jungtier. Er konnte also reibungsloser und schneller attackieren als der junge Tyrannosaurus rex. Der Nanotyrannus war zwar schneller und agiler als der junge T-Rex, doch der T-Rex hatte einen anderen Vorteil. Er hatte seine Familie im Rücken. Sollte der T-Rex Geschwister haben, würde das die Kampfumstände schnell verändern. Der Unterschied der Zahnstruktur legt auch die unterschiedliche Verwendung der Zähne nahe. Die Zähne beider Tiere sind zweifellos effektive Waffen. Doch welche sind die tödlicheren? Die dünnen, messerscharfen Zähne des Nanotyrannus? Oder die dicken, kraftvollen Zähne des T-Rex? Ihre Kiefer sind verschieden. Daran kann man die beiden Gattungen voneinander unterscheiden. Der Nanotyrannus hat mehr Zähne. Der Größe nach sind sie den Zähnen des T-Rex ähnlich, doch der T-Rex hatte sicher einen kräftigeren Biss. Die Zähne des Nanotyrannus sind primitiver aufgebaut. Sie sind klingenartig und sehr dünn. Die Zähne des T-Rex dagegen sind flach, fast schon quadratisch. Das zeigt, dass sie unterschiedliche Essgewohnheiten hatten. Der Nanotyrannus hat das Fleisch von den Knochen abgerissen. Der T-Rex hat einfach den ganzen Kadaver mitsamt Knochen gegessen. Das Leben eines Raubtieres hängt von seiner Fähigkeit zu jagen und zu töten ab. Doch es muss sich auch gegen Rivalen wehren. Raubtiere bekämpfen sich seit Anbeginn der Zeit. Man sieht das heute noch an Löwen und Hyänen. Raubtiere dulden keine Konkurrenz in ihrer Umgebung. Jede Möglichkeit, einen Rivalen zu töten, wird wahrgenommen. Ein unbewachtes Jungtier wäre also ein gefundenes Fressen für einen Nanotyrannus, da er so einen Konkurrenten auslöschen könnte. Die beiden Tiere wahren sich sehr ähnlich, was den Körperaufbau und die Kraft betrifft. Es liegt also nahe, dass der erfahrenere Nanotyrannus den jungen Tyrannosaurus Rex besiegen konnte. In Bezug auf die Kampfkenntnisse hatte der ausgewachsene Nanotyrannus sicher mehr Erfahrung gesammelt als der junge T-Rex. Er war ihm also in diesem Punkt weitaus überlegen. Ein Nanotyrannus war einem jungen Tyrannosaurus Rex mehr als ebenbürtig. Es stellt sich eher die Frage, was der Nanotyrannus mit einem T-Rex anstellt, nachdem er ihn getötet hat. Ihn fressen oder einfach liegen lassen und weiterziehen? Ich würde erwarten, dass der Sieger nach einem aufreibenden Kampf zunächst Kräfte sammeln muss. Also würde er wohl die Nahrungsquelle vor seinen Füßen nutzen. Die Frage, warum er das Jungtier nicht gefressen hat, ist also sehr interessant. Nach dem Kampf muss irgendetwas vorgefallen sein. Der Nanotyrannus ist dem jungen T-Rex gegenüber im Vorteil. Doch wenn zwei Jungtiere gegen einen Nanotyrannus kämpfen, verändert sich die Dynamik des Kampfes entscheidend. Durch die Untersuchung der Knochenfragmente und Umweltbedingungen, die Computertomographie und das Verhalten heutiger Tiere, können Forscher ein plausibles Szenario des Kampfes rekonstruieren. Ein Kampf, der vor 65 Millionen Jahren in South Dakota stattgefunden hat. Zwei erwachsene Tyrannosaurier gehen auf die Jagd. Sie müssen ihre Jungen unbewacht zurücklassen. Die Jungtiere ahnen noch nichts von der herannahenden Gefahr. Seine Jungen zurückzulassen ist eine riskante Sache. Sie wissen, dass von überall Gefahr droht. Doch sie müssen sie alleine lassen, um auf Jagd gehen zu können. Die Suche nach Beute kann lange dauern. Die Erwachsenen haben Markierungen hinterlassen. Dadurch zeigen sie den Jungtieren, bis wohin sie gehen dürfen. Und Angreifer wissen, wann sie besser umkehren sollten. Die meisten Dinosaurier stößt der beißende Geruch ab und sie ziehen sich zurück. Doch eine Gattung nutzt diese Markierungen als eine Art Zielsucheinrichtung. Der Nanotyrannus jagt und tötet junge Tyrannosaurier, nicht um sie zu fressen, sondern um Konkurrenten loszuwerden. Die beiden Jungtiere sind dem tyrannischen Mörder ausgeliefert. Der Nanotyrannus weiß, dass er es nicht mit einem ausgewachsenen T-Rex aufnehmen kann. Bevor er zum Schlag ausholt, versichert er sich, dass die Erwachsenen auf der Jagd sind. Seine Sinne sind wachsam. Die beiden Tyrannosaurier wissen instinktiv, dass sich ein Raubtier nähert. Sie sind zu jung, um jemals einen Nanotyrannus gesehen zu haben. Doch das macht nichts. Sie sind dazu veranlagt, eine Gefahr zu erkennen und ihr zu trotzen. Ein Nanotyrannus greift nicht einfach willkürlich an. Die jungen Tyrannosaurier haben einen speziellen Verteidigungsmechanismus. Ein Maul voller Bakterien. Der Nanotyrannus weiß, dass ein Biss des jungen T-Rex seinen Tod bedeuten könnte. Das sind die ersten Tiere, die biologische Waffen einsetzen. Ein Biss voller Bakterien kann den Nanotyrannus an einer massiven Infektion sterben lassen. Wenn ihn der Kampf nicht schon vorher tötet. Er nähert sich vorsichtig und nutzt seinen Größenvorteil, um seine Dominanz zu demonstrieren. Er lehnt sich vor und lässt seine gezackten Zähne aufblitzen. Ihr Zischen ist ein Warnsignal. Wir machen keinen Rückzieher. Der Kampf beginnt. Der Nanotyrannus hält sich zurück und täuscht Attacken vor, um sie zu ködern. Wenn er sie aus dem Nistplatz bekommt, haben sie keine Chance mehr. Doch die Jungtiere verweilen instinktiv in der Sicherheit des Nestes. Sie stehen Schulter an Schulter und fixieren den Angreifer. Der Nanotyrannus umkreist seine Rivalen und wartet auf eine Gelegenheit. Der kleine Tyrannosaurus springt nach vorne, schnappt mit dem Kiefer und verliert den Halt. Der Nanotyrannus packt den jungen T-Rex am Nacken, hebt ihn in die Luft und schleudert ihn über den Waldboden. Nun ist nur noch ein Jungtier übrig. Das einsame Jungtier hat keine Chance. Der junge T-Rex hat panische Angst. Er will sich umdrehen und weglaufen, doch sein Instinkt sagt ihm, dass er stehen bleiben soll. Er schreit so laut er kann. Es ist ein Hilferuf. Er hofft, dass seine Eltern ihn schreien hören. Der Nanotyrannus weiß, dass der junge T-Rex Alarm schlägt. Er muss den Kampf nun beenden und schnell verschwinden. Er entscheidet sich für einen Frontalangriff. Der Nanotyrannus greift erneut an und wartet darauf, den Todesstoß durchführen zu können. Er nutzt seine ganze Erfahrung. Der im Kampf unerfahrene T-Rex versucht, jeden seiner Schritte auszugleichen. Als der Nanotyrannus zu seinem finalen Schlag ausholt, spürt er einen höllischen Schmerz am linken Bein. Er sieht nach unten und erblickt das zweite Jungtier. Es hat sich erholt und greift an. Der junge T-Rex beißt den Nanotyrannus ins Bein. Wenn sich die Wunde infiziert, kann das seinen Tod bedeuten. Dieses Mal geht der Nanotyrannus auf Nummer sicher. Er sammelt all seine Kraft im Kiefer und schnappt mit der Kraft einer halben Tonne nach unten. Er bricht dem Jungtier das Rückgrat. Er wirft es auf den Boden und trampelt mit seiner Klaue auf den Körper. Jetzt kann er sie sicher sein, dass der junge T-Rex tot ist. Doch gegessen wird später. Ein T-Rex ist erledigt. Nun setzt der Nanotyrannus zum finalen Schlag an. Er beugt sich nach vorne, um zuzubeißen, doch dann spürt er, wie der Boden vibriert. Das ist das Zeichen dafür, dass sich etwas sehr Großes nähert. Dieses sehr große Etwas ist das erwachsene Weibchen, das von der Jagd zurückkommt. Wenn sie sieht, was vorgefallen ist, wird sich die Hölle auftun. Zwei erwachsene Tyrannosaurier sind auf der Jagd. Ihre beiden Jungtiere bleiben unbewacht zurück. In ihrer Abwesenheit hat ein räuberischer Nanotyrannus ihre Nachkommen terrorisiert. Ein Jungtier wurde getötet, das zweite wird bedroht. Doch nun webt die Erde. Man hört das Stampfen kilometerweit. Es ist das erwachsene Weibchen, das von der Jagd zurückkommt. Sie hört den markanten Hilfeschrei ihres Jungen. Das löst eine Emotion aus, die nur weibliche Tyrannosaurier haben. Wenn du dich mit meinem Baby anlegst, wirst du durch die Hölle gehen. Getrieben von ihren Mutterinstinkten erreicht sie als erste den Schauplatz. Das Weibchen weiß sofort, dass es vor einem Jungtiermörder steht und wirft sich in den Kampf. Es ist dreimal größer als der Feind und damit körperlich überlegen. Es muss ihn nur töten. Das T-Rex-Weibchen beabsichtigt, den Nanotyrannus von ihrem überlebenden Jungtier abzulenken. Der Nanotyrannus sieht ihren mächtigen Kiefer und weicht aus. Das Weibchen hat sein Ziel erreicht. Es hat sich zwischen sein Jungtier und den T-Rex-Mörder gestellt. Der Nanotyrannus hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder versucht er, das überlebende Jungtier zu töten, oder er dreht ab und läuft um sein Leben. Er entscheidet sich dafür, seine Geschwindigkeit und Beweglichkeit gegen die Kraft eines wütenden T-Rex-Weibchen zu töten. Er versucht es von der Seite anzugreifen. Wenn er schnell genug ist, kann es nicht reagieren. Dann kann er sich mit seiner verlängerten Schnauze das Jungtier schnappen, es zu Tode schütteln und wehen. Doch der Nanotyrannus unterschätzt seinen Gegner. Mit Adrenalin vollgepumpt, dreht sich das wütende Weibchen und verhindert einen Angriff von der Seite. Das letzte, was er sieht, ist das offene Maul des T-Rex-Weibchens. Es nimmt den Nanotyrannus in sein Maul und beißt mit einer Kraft von 1000 Tonnen pro Quadratzentimeter zu. Es zerschmettert seinen Rücken und seine Rippen und löscht sein Leben aus. Doch ihn zu töten reicht der Mutter nicht. Sie will an ihm ein Exempel statuieren. Mit ihrer massiven Klaue reißt sie den Körper des Nanotyrannus in Stücke. Nachdem sie den Angreifer getötet hat, richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf ihr übrig gebliebenes Jungtier. Der Nanotyrannus konnte diesen Kampf nicht gewinnen. Er hat verloren, weil er zwei fatale Fehler beging. Der erste Fehler war, dass er die Manövrierfähigkeit eines erwachsenen T-Rex verkannt hat. Der zweite Fehler war, dass er nicht erkannte, dass das Bann zwischen Mutter und Jungtier stärker ist als jede seiner Waffen. Den Kampf gegen den Nanotyrannus hat der T-Rex gewonnen. Doch den ultimativen Kampf ums Überleben haben beide verloren. Der Nanotyrannus und der T-Rex lebten in Nordwestamerika. Sie haben vielleicht sogar den Auslöser ihres Untergangs gesehen, den Aufschlag des Asteroiden auf der Yucatan-Halbinsel. Er war verantwortlich für ihr Aussterben. Sie sind natürlich nicht sofort gestorben. Die großen Fleischfresser wie der T-Rex und der Nanotyrannus hatten zunächst sogar einen reich gedeckten Tisch. Die Pflanzenfresser starben zuerst aus, so stand den Fleischfressern eine Menge Fleisch zur Verfügung. Doch irgendwann gab es kein Futter mehr. Also starben auch der T-Rex und der Nanotyrannus aus. Sie sind ausgestorben, aber man wird sie nie vergessen. Das Geheimnis um diese Saurier wird wohl nie ganz geklärt werden. Vor mehr als 70 Millionen Jahren brechen zwei Superkontinente immer weiter auseinander. Laurasien und Gondwana. Wilde Tiere leben auf einer wilden Erde. Vulkanaktivität verändert das chaotische Terrain von Gondwana. Afrika spaltet sich von Südamerika ab. Indien löst sich von Afrika und lässt eine Landmasse zurück, die uns heute als Madagaskar bekannt ist. Auf dieser grünen Insel haben saisonaler Regen, extreme Trockenheit und dramatische Temperaturschwankungen die Dinosaurier gegeneinander ausgespielt. In einer Welt der schwindenden Nahrungs- und Wasserreserven werden Jäger in einen Überlebenskampf gezwungen. In der Kreidezeit war das Leben auf Madagaskar hart. Das Weltklima änderte sich und zwang die Dinosaurier zur Anpassung. Je größer die Landmasse, desto geringer war der Effekt dieser Veränderungen. Umgekehrt intensivierten sich diese auf einer kleinen Insel. Um damit umgehen zu können, passten sich die Dinosaurier dort auf eine außergewöhnliche Weise an. 1996 40 Kilometer außerhalb der Stadt Mahajanga im Nordwesten Madagaskars. Paläontologen führen eine Routineausgrabung durch. Dabei machen sie einen ungewöhnlichen Fund. Forensische und anatomische Untersuchungen geben mehr Aufschluss über den nicht identifizierten Dinosaurier. Es handelt sich offensichtlich nicht um einen Pflanzenfresser, sondern um ein Raubtier. Oft können wir schon anhand der Knochen sagen, ob es sich um einen Pflanzen- oder Fleischfresser handelte. Die Knochen der großen Pflanzenfresser sind hohl. Diese Knochen können nur dann das Gewicht eines Tieres tragen, wenn sie eine bestimmte Dichte aufweisen. Die Paläontologen entdecken etwas Verblüffendes. Auffällige Schrammen und tiefe Einschnitte im Knochen. Sie sind zwischen 10 und 17 Millimeter voneinander entfernt. Es handelt sich um Bisswunden. Stehen die Paläontologen vor einem 70 Millionen Jahre alten Kriminalfall? Zuerst wusste niemand, wer oder was diese Verletzungen verursacht haben könnte. Doch mit denselben forensischen Techniken, mit denen auch heute gearbeitet wird, konnte der Täter von vor 70 Millionen Jahren ermittelt werden. Man wandte sich fossilen Funden desselben Areals zu. Da gab es den sehr gut erhaltenen Schädel eines großen, fleischfressenden Dinosauriers. Es handelte sich um ein Raubtier namens Mayungatolus. Er war der T-Rex des Ostens. Der außergewöhnliche Fund gab den Wissenschaftlern die Möglichkeit, einen Blick in den Schädel dieses selbenen Dinosauriers zu werfen. Dr. Lawrence Whitmer von der Ohio University ist Leiter des fortschrittlichsten Dinosaurierforschungszentrums der Welt. Dank modernster Technologie kann er weiter in die Geschichte dieser Knochen- und Gehirnhöhlen vordringen, als es bisher möglich war. Die Computertomographie hat eine neue Ebene in der Erforschung des Verhaltens von Dinosauriern erschlossen. Die CT ist eine medizinische Technologie, die uns Einblicke in Objekte gestattet. Wir können sie auch bei Fossilien anwenden, um durch das Gestein die Beschaffenheit der Tiere zu studieren. Wir können aus der Hirnhöhle die Form des Gehirns rekonstruieren, sowie allen umgebenden Gewebes. Die CT des Mayungatolus-Schädels gibt Aufschluss über jeden Aspekt des Raubtieres. Einschließlich Sehfähigkeit, Gehör, Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit. Durch den Vergleich der Größe und Form des Gehirns und der Innenohrkanäle mit denen heutiger Vögel und Reptilien erhalten die Wissenschaftler beispiellose Einblicke in das Verhalten des Mayungatolus. Erste Untersuchungen offenbaren einige ungewöhnliche Details. Der Schädel war von einem dicken, rauen Gewebe umgeben, das in einem 7,5 Zentimeter starken Horn endete. Knubbel, Hörner und Spitzen, die über seinen Schädel verteilt sind, lassen den männlichen Mayungatolus so komisch aussehen. Sie zeigen eventuellen Rivalen, dass sie es mit einem erwachsenen Männchen zu tun haben. Sie helfen auch bei der Partnersuche. Diese Hörner waren wahrscheinlich grell gefärbt, eine Art Make-up, das die Weibchen verrückt machen sollte. Das Interessante an diesem Horn ist seine blumenkohlartige Beschaffenheit. Eigentlich zieht sie sich über den gesamten Schädel. Diese Struktur hatte eine Funktion. Der Kopf des Männchens war nicht etwa eine Kühlerfigur, er war eine Waffe, die gegen Rivalen und bei der Jagd eingesetzt werden konnte. Ein funktionstüchtiger Rambock. Die beulige Haut weist auf einen Kämpfer hin. Sie interagiert in sehr direkter, physischer Art und Weise, in einem Kopf-gegen-Kopf-oder-Kopf-gegen-Flanke-Kampf. Das ist sehr ungewöhnlich und bei Tieren, wie zum Beispiel dem Ceratosaurus, nicht vorhanden. Bei ihm sind die Hörner fast Verzierung. Beim Mayungatolus sind sie klar für den Kampf bestimmt. Sein Schädel ist vergleichbar mit dem eines Dickhörnschafts. Er ist solide gebaut und kann eine schwere Auseinandersetzung verkraften. Vor mehr als 70 Millionen Jahren wuchs der Mayungatolus zu einer tödlichen Kampfmaschine heran. Fossile Funde lassen darauf schließen, dass Madagaskar eine große Pflanzen- und Artenvielfalt vorzuweisen hatte. Der Mayungatolus befand sich an der Spitze dieser Nahrungskette. Das ultimative Raubtier. Jedes Umfeld hat einen Spitzenpredator, ein Raubtier am oberen Ende der Nahrungskette. Was in Nordamerika der Tyrannosaurus Rex war, war auf Madagaskar der Mayungatolus. Der Mayungatolus war der Oberjäger in seiner Umgebung. Er suchte nach Beute, tötete und fraß sie, um sich dann wieder auszuruhen. Je mehr Knochen am mutmaßlichen Tatort geborgen werden, desto deutlicher wird die tatsächliche Größe des Mayungatolus. Er stand auf zwei Beinen, war 2,70 Meter groß, 8,50 Meter lang und wog mit einer Tonne in etwa so viel wie ein Elefantenbaby. Neben seiner Größe und dem Rambockartigen Schädel besah sie eine weitere Waffe, die ihn noch gefährlicher machte. Messerscharfe, mehrfach gezahnte Zähne. Bei näherer Betrachtung der Kiefer fallen die multiplen Zahnreihen auf, die wie bei einem Hai abgenutzte Zähne ersetzten. Die Zähne des Mayungatolus erneuerten sich sein gesamtes Leben lang. Ein stumpfer Zahn fiel aus, um von einem neuen ersetzt zu werden. Sie waren an beiden Seiten gezahnt und perfekt, um Fleisch zu zertrennen. Damit nicht genug. Auch sein massiver Schwanz war eine todbringende Waffe. Mit verstärkten Knochen und starken Muskeln konnte er wie ein übergroßer Baseballschläger eingesetzt werden. Obwohl mit dem Mayungatolus nicht zu spaßen war, hatte auch er seine Schwachstellen. Da waren zum einen seine ungewöhnlich kurzen Arme. Er besitzt zwar einen Oberarmknochen, der Unterarm ist aber zu einem Handgelenk geschrumpft. Der Unterarm hat schrumpft. Vom Ellbogen bis zur Hand sind es weniger als 30 Zentimeter. Er hat weder eine greifende noch eine schlagende Funktion. Der Arm ist mehr oder weniger verkümmert. Eine weitere Schwachstelle waren seine relativ kurzen Beine. Die Länge der Beine beeinflusste die Geschwindigkeit eines Dinosauriers. Je länger die Beine waren, desto schneller war er. Der Mayungatolus war nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt. Er war zwar relativ schnell, aber kein schnellfüßiger Sprinter wie andere Dinosaurier. Man schätzt seine Höchstgeschwindigkeit auf 15 bis 25 Kilometer pro Stunde, was in etwa der eines Menschen entspricht. Aber angesichts des dicht bewaldeten Lebensraums war Schnelligkeit wohl nicht besonders wichtig für diesen Jäger. Er musste nicht unbedingt schnell sein, da es in dieser Region auch keine anderen schnellen Dinosaurier gab. Man musste nur schneller sein als seine Mahlzeit. Nicht schneller als etwas, was man nie zu sehen bekommt. Die CT deckt eine dritte Schwäche auf. Schlechtes Sehvermögen. Das Sehzentrum des Mayungatolus war nicht besonders groß. Es war von bescheidener Größe. Ein sehr interessanter Aspekt ist die Frage, ob diese Tiere binokular sehen konnten. Ob sich also die Seefelder beider Augen überschnitten. Denn nur so ist räumliches Sehen möglich. Der Mayungatolus besaß nur ein sehr begrenztes räumliches Sehvermögen, was mit seiner Schädelform zu tun hatte. Wenn sich also zwei Tiere gegenüberstanden, mussten sie permanent den Kopf bewegen. Wenn man sich rasch bewegte, konnte man sehr schnell aus ihrem Sichtfeld treten. Das hatte hektisches Positionsgerangel zur Folge, wie bei Boxern vor dem Kampf. Doch einer dieser Räuber wurde angegriffen und getötet, obwohl er sich an der Spitze der Nahrungskette befand. Der Angreifer ist unbekannt. Die fossilen Funde geben Aufschluss darüber, was hier geschehen sein könnte. Ein neues Indiz liegt nur einige Zentimeter unter der Erdoberfläche und wird einen der erstaunlichsten Hinweise in der Dinosaurierforschung liefern. Die Knochen des Mayungatolus weisen tiefe Furchen und Verletzungen auf, die auf einen äußerst gewalttätigen Kampf schließen lassen. Die Nachforschungen nehmen eine verblüffende Wendung. Nach eingehender Untersuchung der Verletzungen kommen die Paläontologen zu einem grausigen Ergebnis. Es handelt sich um Kannibalismus. In den Kampf waren zwei Mayungatoli verwickelt, wobei einer den anderen tötete. Der Fund auf Madagaskar bestand aus einem fossilen Mayungatolus-Skelett mit den Bisswunden eines anderen Mayungatolus. In diesem Kampf tötete folglich ein Mayungatolus einen anderen. Man nimmt an, dass die meisten fleischfressenden Dinosaurier Kannibalen waren. Tatsächlich ist dieser Fund aber der erste klare Fall von Dinosaurier-Kannibalismus. Bei der Untersuchung der Bisswunden wurden Hochleistungsmikroskope verwendet. Die Schnitte legten nahe, dass der Täter gezahnte Zähne hatte und Kiefer, die kräftig genug waren, um diese Knochen durchtrennen zu können. Der Verdacht verfestigte sich, da auf Madagaskar kein anderer Dinosaurier mit Kauwerkzeugen dieses Kalibers gefunden wurde. Die Vermessung der Breite, Länge und Verzahnung der Zähne sowie der Abstände zwischen Zahn und Kiefer des Mayungatolus stimmen perfekt mit den Bisswunden überein. Der Mayungatolus hatte Zähnchen auf den Zähnen. Die Abstände der Zähnchenabdrücke im Knochen belaufen sich auf 0,48 Millimeter. Untersuchungen von Mayungatolus-Zähnen ergaben einen durchschnittlichen Abstand von 0,5 Millimetern. Sie stimmen also fast mit den Spuren in den Knochen überein. Was als Routinegrabung begann, stellte sich als ein tödliches Kampfszenario zwischen zwei Dinosauriern heraus. Eine Frage bleibt jedoch. Waren diese Bisse nur das Resultat des Kampfes oder wurde das Opfer auch tatsächlich gefressen? Es war nicht nur ein Kampf. Wir sprechen hier nicht nur von Bisswunden auf der Schnauze, sondern von Wunden auf tief innen liegenden Knochen, wie Bein- oder Rückenknochen oder Rippen, an die man von außen nicht rankommt. Ab und zu schienen sich Mayungatoli also gegenseitig zu fressen. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass wir es mit Kannibalen zu tun haben. Welche weiteren Anhaltspunkte gibt es für den Kampf der Kannibalen? Zusätzlich zu den CT und fossilen Überresten müssen die Paläontologen modernes Tierverhalten studieren. Die Verhaltensweisen ändern sich im Tierreich nicht. Alle Tiere, einschließlich des Menschen, haben dieselben Grundverhaltensmuster wie ihre Vorfahren. Man kann also heutiges Leben beobachten, um das Prähistorische zu verstehen. Zweifellos war ein Mayungatolus-Männchen ein gefürchtetes Tier. Doch eine weitere Theorie könnte die Deutung des Kampfes erheblich beeinflussen. Denn was ist eigentlich mit den Weibchen? Bei Untersuchungen an der Fundstelle fragte man sich, ob vielleicht auch ein Weibchen in den Kampf verwickelt war. Keine leicht zu beantwortende Frage. Doch mit Hilfe von anderen, ähnlichen Dinosaurierfossilien und heute lebenden Tieren wagten sich die Paläontologen an eine Antwort. Zuerst mussten die Größenunterschiede zwischen Männchen und Weibchen herausgefunden werden. Beim Mayungatolus gab es, wie bei den meisten Theropade, Größenunterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Beim Tyrannosaurus Rex waren die größten und bösesten die Weibchen. Was den Mayungatolus betrifft, wissen wir noch nicht genug, um zu sagen, ob sie in dieses Schema passen. Auch wenn es einen Größenunterschied gegeben haben sollte, die grundsätzliche Skelettstruktur blieb gleich. Das Weibchen hatte die gleichen kurzen Arme und Beine, die scharfen Zähne und den kräftigen Schwanz. Aber wie hat es sich äußerlich vom Männchen unterschieden? Schauen wir uns verschiedene Arten der Tierwelt an. Männchen und Weibchen sehen unterschiedlich aus. Der Mensch ist da das beste Beispiel. Wir nennen das Sexualdimorphismus. Die Frage ist, ob der Mayungatolus sexuell dimorph war oder nicht. Bei Theropoden-Dinosauriern haben wir für gewöhnlich zwei unterschiedliche Tiere im Erwachsenenalter. Mit unterschiedlichem Gewicht, mit grazilerem oder gröberem Bau und unterschiedlichen Kronen oder Beulen auf dem Kopf, wie im Falle des Mayungatolus. Leider stehen uns beim Mayungatolus und den meisten Theropoden-Dinosauriern nicht sehr viele Unterscheidungsmuster zur Verfügung. Doch es gibt ein Indiz. In den letzten 20 Jahren belegten viele fossile Funde, einschließlich die von gefiederten Dinosauriern, eine Verwandtschaft zwischen Vögeln und Raubdinosauriern. Paläontologen kamen zu dem Schluss, dass wie bei männlichen Vögeln auch das Mayungatolus-Männchen greller als das Weibchen gefärbt und verziert war. Um Farbgebung und Verhalten in der prähistorischen Tierwelt zu verstehen, müssen wir in der Tierwelt von heute nach Indizien suchen. Wir wissen, dass es eine Verwandtschaft zwischen dem Mayungatolus und Vögeln gibt. Die Beweislage ist hier klar. Vogelmännchen haben ein viel leuchtenderes Farbspektrum. Viele haben auch eigenartige Verzierungen am Kopf. Man denke nur an Perlhühner oder Truthähne. Sie haben all diese bunten, fleischigen Anhängsel, während die Köpfe der Weibchen sehr einfach gestaltet sind. Tiere, die visuelle Elemente trugen, haben diese wahrscheinlich auch eingesetzt. Was wir auf dem Kopf des Mayungatolus und bei anderen Räubern sehen, wurde wohl zu Balzzwecken benutzt. Neben Hautfarbe, Kopfschmuck und Körpergröße gab es noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen den Geschlechtern. Das Weibchen war eine Kriegerin. Sie wurde sehr aggressiv, wenn es um die Verteidigung ihrer Jungen ging. Paläontologen gehen davon aus, dass das ihre Kampffähigkeiten verbesserte. Ein ausgewachsener Mayungatolus kann sich um sich selbst kümmern. Anders die Jungen. Viele Tiere hätten wohl gerne die kleinen Bieste umgebracht, bevor sie zu großen Biestern wurden. Damit musste eine Mutter leben. Sie war gezwungen, nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Brut vor Räubern zu verteidigen. Das verlieh ihr Kampfeigenschaften, die ein Männchen niemals erreicht hat. Aus Fortpflanzungsgründen dringt ein Mayungatolus-Männchen in das Territorium eines Weibchens ein. Das Weibchen aber hat andere Pläne. Bis es die Absichten des Männchens begreift, ist es bei seiner Annäherung sehr vorsichtig. Um sich zu verteidigen, muss es klare Zeichen setzen und Stärke zeigen. Paläontologen vermuten, dass das Weibchen instinktiv drei markante Schritte einleitet, bevor es zum Angriff übergeht. Zuerst behauptet es seine Stellung. Wenn sich ein Rivale nähert, wird man nicht gleich davonrennen. Erstens verliert man sein Territorium und zweitens könnte man von einem Gegenspieler für eine Mahlzeit gehalten werden. Die Regeln im Tierreich sind klar. Bricht man eine, dann kann das den Tod bedeuten. Im zweiten Schritt dreht sich das Weibchen zur Seite, um dem Männchen seine imposante Größe zu zeigen. Dann bleckt es die messerscharfen Zähne. Ein sehr deutliches Signal für einen Angreifer. Nachdem es dem Rivalen seine Kampfbereitschaft vermittelt hat, liegt es nun an diesem, das Weibchen von seinen freundlichen Absichten zu überzeugen. Eine Paarung kann gefährlich werden, wenn das Objekt der Begierde 7,5 Zentimeter lange Zähne und schlechte Laune hat. Zuerst vermutet sie, man will ihr das Territorium abspenstig machen. Er sollte ihr nun schleunigst klar machen, dass er keine Gefahr darstellt. Zur Demonstration seiner Absichten und zu ihrer Besänftigung beginnt das Männchen nun seinen Ballstanz. CT-Ergebnisse zeigen, dass das Gehirn des Mayungatolus sehr klein, also primitiv war. Deshalb fiel der Tanz wohl relativ simpel aus. Bezüglich der Gehirngröße des Mayungatolus vermuten wir primitive Ballsrituale, wie bei Eidechsen oder Krokodilen heute. Stereotypes steifes Ballsgehabe. Obwohl das Männchen alles gibt, bleibt das Weibchen unempfänglich. Er ahnt nicht, dass er mit dem Teufel tanzt. Die Skelettstruktur des Mayungatolus deutet auf ein sehr starkes Tier hin. Aber gab es Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen bezüglich der Größe und Kraft? Wir sehen durchaus Unterschiede. Es ist allerdings schwierig auszumachen, ob das Unterschiede zwischen einzelnen Individuen oder geschlechtsspezifische Unterschiede sind. Bezüglich ihrer Größe, Kraft und allgemeinen Fähigkeiten waren sie sich wohl sehr ähnlich. Obwohl sie nicht als die gigantischsten Raubtiere galten, waren sie doch imposante Muskelpakete. Wie wirkte sich das auf ihre Beweglichkeit aus? Der Mayungatolus war nicht unbedingt das schnellste und agilste Tier. Musste er auch nicht sein. Er lebte auf einer Insel mit langsamen Beutetieren. Die Weibchen waren etwas schneller und beweglicher als die Männchen. In dieser bestimmten Tiergruppe gibt es bei der Beinmuskulatur Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Wir vermuten beim Männchen eine stärkere Beinmuskulatur. Das heißt, sie waren einerseits stärker, andererseits wurden sie dadurch langsamer. Männchen wie Weibchen besitzen neben ihrem eindrucksvollen Körperbau messerscharfe Zähne und einen geschmückten Kopf, den sie als Rambock verwenden können. All dies kommt in einem Kampf zum Einsatz. Obwohl Männchen und Weibchen unterschiedlich aussahen, besaßen sie doch die gleiche Bewaffnung. Beide hatten die große Beule am Kopf, die als Ramm-Instrument Verwendung fand. Ihre schlimmste Waffe sind allerdings ihre Zähne. Sie besaßen die gleichen Waffen. Keiner hatte mehr, keiner weniger Zähne. Und diese hatten dieselbe Beschaffenheit. Der Unterschied lag in dem, was in ihren Köpfen vor sich ging und in ihren spontanen Reaktionen, die sich durch Lebenserfahrung gebildet haben. Beim Angriff eines Gegners agieren die Geschlechter unterschiedlich. Das Männchen eignete sich Jagdtechniken an, um Beute oder eine passende Partnerin abzubekommen. Ein Weibchen hingegen verbrachte mehr Zeit an der Front, um als defensive Kämpferin ihre Brut zu schützen. Während das Männchen den rituellen Kampf um Weibchen oder um sein Territorium beherrschte, ging es bei den Weibchen gleich ans Eingemachte. Sie wussten, wie man die Kleinen beschützt und kämpften daher rücksichtslos und grausam. Wenn das Weibchen seine Jungen beschützen musste, dann verschob sich das Kräftegleichgewicht. Dann hätte der Kampf eine andere Intensität angenommen, da es nicht mehr nur um Nahrung oder Territorium ging, sondern um ihr Erbe und ihre Zukunft. Das Weibchen möchte Leben bewahren. Wenn Junge in der Nähe sind, kämpft sie bis zum Tod. Wäre das nicht der Fall, würde sie sich zurückziehen, da sie ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung bewahren muss. Bringt man ein Junges ins Spiel, ändert das die Situation. Sie wird nicht gehen, bis der Kampf entschieden ist. Sie wird für ihre Nachkommen kämpfen. Das Leben auf Madagaskar war schon für einen ausgewachsenen Mayungatolus ein harter Kampf. Für ein Junges war es ohne den Schutz eines Erwachsenen fast unmöglich. Während der Kreidezeit auf Madagaskar festzusitzen, war hart. Alle Dinosaurier waren hier auf engstem Raum zusammengepfercht. Im Gegensatz zum Festland, wo Weibchen ihre Brut während der Jagd auch mal alleine lassen konnten, war auf der Insel das Risiko eines Nestraubes viel zu groß. Und auf ein ungeschütztes Jungtier warteten ungeheure Gefahren. In den dichten Wäldern von Madagaskar lauerten viele Gefahren. Der Isolationismus einer Insel potenzierte diese Gefahren noch um ein Vielfaches. Das Paradies war gleichzeitig ein Gefängnis, in dem der Tod lauerte. Die Insel trennt. Das heißt, dass die Chancen, einen Partner, anderen Geschlechts zu finden, reduziert sind. Wichtiger noch, diejenigen, die man trifft, gehören schon zur Familie. Inzucht war das Problem Nummer eins. Damit gehen einige schreckliche Nebeneffekte einher. Geringere Resistenz gegen Krankheiten, eine weichere Knochenstruktur und Anfälligkeit für Frühtod. Am schlimmsten jedoch ist die Gefahr der Mutantenbildung. Das hässliche Gesicht des Mayungatolus könnte das Ergebnis von Inzucht gewesen sein. Mit Hilfe der gefundenen Beweisstücke und der heutigen Tierverhaltensforschung können Experten das Szenario eines Kampfes zwischen einem männlichen und weiblichen Mayungatolus rekonstruieren. Er wittert ein weibliches Tier und nähert sich vorsichtig. Er weiß, dass es zur Konfrontation kommen kann, falls sie einen Partner hat. Langsam und vorsichtig folgt er ihrem Geruch und dringt weiter in ihr Territorium vor. Er arbeitet sich ins Zentrum ihres Territoriums vor und findet sie schließlich auf einer kleinen Lichtung, die von dichter Vegetation umgeben ist. Er tritt näher und bringt sein Anliegen vor. Er ist kein Aggressor, sondern will sie zur Paarung drängen. Er durchläuft eine Reihe von Ritualen, um sie zu besänftigen, aber sie blockt ab. Er versteht das nicht. Das Weibchen ist an seinen Avancen nicht interessiert. Langsam schaukelt er vor und zurück, um nochmals seine Absichten zu verdeutlichen. Sie verweigert sich, bläckt die Zähne und beginnt zu fauchen. Das ist ein klares Zeichen, dass sie Streit sucht. Das Männchen fährt erfolglos mit seinem Locktanz fort, sie aber verharrt in ihrer aggressiven Pose. Das Männchen versucht es mit einem Ortswechsel in der Hoffnung, auf diese Weise das Blatt zu wenden. Das Weibchen ist jedoch nicht ausschließlich auf das Männchen konzentriert. Als er sich zur Seite bewegt, sieht er hinter ihr den Nachwuchs. Das Männchen kennt nun den Grund für ihre abwehrende Haltung. Das Männchen weiß, dass sich nichts ändern wird, solange das Junge am Leben ist. Er muss das Kleine loswerden. Sein Gehirn schaltet von Fortpflanzung auf Töten um. Er muss sich das Junge schnappen, ohne selbst dabei draufzugehen. Nun wird das Weibchen durch die plötzliche Verhaltensänderung des Männchens misstrauisch. Sie weiß, was zu tun ist. Sie ist sich im Klaren darüber, dass er das Kleine gesehen hat und stellt sich zwischen beide. Er versucht sie zu überlisten, um an ihren Nachwuchs heranzukommen. Das Junge bewegt sich nicht, wurde aber schon ins Visier genommen. Das Männchen muss es töten. Das Männchen senkt den Kopf und rast mit offenem Maul auf das Kleine zu. Doch das Weibchen ist schneller und rammt das Männchen mit unbändiger Kraft. Das größere Männchen erholt sich schnell und wendet sich nun dem Weibchen zu. Er weiß, dass er sie vielleicht angreifen muss, um an ihren Nachwuchs zu kommen. Er will sie nicht töten, wird es aber tun, falls sein eigenes Leben gefährdet wird. Obwohl das Männchen größer ist, wird das Weibchen ihr Junges mit Brutalität verteidigen und bis zum Tod kämpfen. Das Männchen konzentriert seine Aufmerksamkeit wieder auf das Weibchen. Dieses weiß, worum es geht und wirbelt wie ein wilder Stier vor dem Angriff Dreck mit seinen Füßen auf. Das Männchen muss vorsichtig sein. Es weiß, dass eine Mutter extrem gewalttätig werden kann. Doch sein Fortpflanzungstrieb überwiegt. Beide versuchen sich gegenseitig einzuschüchtern, aber es funktioniert nicht. Das Männchen ist auf seine Fortpflanzung bedacht, das Weibchen auf den Schutz ihres Jungen. Das Männchen will töten, das Weibchen beschützen. Das Männchen greift erneut an. Aber das Weibchen dreht sich zur Seite und schlägt den Gegner mit seinem kräftigen Schwanz. Er verkraftet den Schlag und kommt wieder auf die Füße. Er startet einen weiteren Frontalangriff, den sie abermals erfolgreich vereitelt. Das Männchen versucht nun, sie weiter von ihrem Jungen wegzulocken. Er startet einige Scheinangriffe und zieht sich sofort wieder zurück. Als sie weit genug entfernt ist, greift er Frontal an. Sie verliert die Orientierung. Sie stolpert über einen Stamm und fällt zu Boden. Das ist die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. Das Weibchen beging einen fatalen Fehler. Es war so sehr auf die Verteidigung seines Jungen konzentriert, dass es die Orientierung verlor. Ein großer Fuß wie der eines Mayungatholos muss mit Bedacht aufgesetzt werden. Das Männchen nutzt nun die Gelegenheit. Er kommt auf das schutzlose Junge zu. Die Mutter ist kurzzeitig außer Gefecht gesetzt und er wittert seine Chance. Er packt das Kleine mit seinen messerscharfen Zähnen. Das Männchen hat sein erstes Opfer auf dem Gewissen. Aber dieser Kampf ist noch nicht beendet. Das Männchen musste das Mayungatholos-Junge töten, um sich mit dessen Mutter paaren zu können. Er hat das Junge im Maul, erschüttelt und zermalmt es mit voller Kraft. Das Kleine steckt hilflos in seinem Maul. Für einen kurzen Moment herrscht Stille im Dschungel. Dann bricht das Weibchen durch das Dickicht und rast auf den Mörder zu. Sie attackiert nun das Männchen und packt es am Genick. Mit aller Kraft zermalmt sie seine Wirbelsäule. Das Männchen lässt das Kleine los und fällt zu Boden. Es kann sich nicht mehr bewegen. Sie hat seinen Rückenmark verletzt. Er ist zwar noch am Leben, aber absolut hilflos. Sie untersucht ihr Junges nach Lebenszeichen und muss feststellen, dass es tot ist. Sie riskierte ihr Leben, um das Junge zu retten. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie zur Trauer fähig wäre. Ein Dinosaurier-Gehirn funktioniert wie ein Lichtschalter. Es gibt entweder an oder aus. Sie können nicht an zwei Dinge gleichzeitig denken und leben nur im Moment. Als sie den Tod ihres Jungen begreift, schaltet sie von Mutterschaft auf Nahrungsaufnahme um. Jetzt sieht sie ihr totes Baby als Futterquelle. Sie muss die verbrannten Kalorien wieder ergänzen und wählt das Kleine als Vorspeise. Das Männchen ist das Hauptgericht. Sie ist noch nicht satt und wendet sich dem Männchen zu. Er lebt noch, kann sich aber nicht bewegen. Die perfekte Beute. Er wird bei lebendigem Leibe gefressen. Sie lehnt sich über ihn, reißt ihm den Bauch auf und gibt sich weiter ihrem Blutrausch hin. Auf der Suche nach den nahrhaftesten Stücken schiebt sie ihren gesamten Kopf in die Bauchhöhle des Männchens. Als sie ihre blutverschmierte Nase hervorzieht, hält sie die Leber im Maul, das wertvollste Teil ihrer Beute. Die Leber ist normalerweise das erste Organ, das von Raubtieren gefressen wird. Sie ist das größte Organ und voller Vitamine und Eisen. Die Kannibalin frisst so lange, bis ihr Magen voll ist. Das ist kein Akt der Vergeltung für ihr getötetes Junges, sondern dient einfach der Nahrungsaufnahme. Obwohl beide Tiere gleich stark wirkten, kostet dem Männchen seine Fehleinschätzung das Leben. Hätte er das Junge unbewacht aufgespürt, hätte er es getötet. Bei seiner Rückkehr wäre das Weibchen sofort in den Fortpflanzungsmodus gegangen, da es kein Junges mehr zu bewachen gehabt hätte. Doch da es im Moment des Tötens zugegen war, griff es sofort das Männchen an, um sein Kleines zu retten. Das Weibchen gewinnt diesen Kampf. Doch ihre Spezies wird später eine größere Schlacht verlieren. Sie starb vor 65 Millionen Jahren aus. Die Mayungatholi sahen sich denselben Konsequenzen ausgeliefert wie andere Tiere während großer Klimawechsel. Madagaskar driftete weiter ins Meer, was die Pflanzenwelt auf der Insel nachhaltig beeinflusste. Bestimmte Pflanzenfresser verschwanden und schmälerten die Speisekarte der Mayungatholi so weit, dass sie nur noch andere Mayungatholi zu fressen hatten. Paläontologen sind immer noch auf der Suche nach weiteren Informationen über diesen rätselhaften Dinosaurier. Wir setzen die Suche nach Fossilien auf Madagaskar fort und hoffen, dass wir irgendwann die Frage beantworten können, ob es beim Mayungatholos wirklich Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab. Dafür müssen wir mehr Schädel finden. Wissenschaftler suchen weiter nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern. walk shippliffer in w w w w w w w Vielen Dank.